Achso, wir sind ja jetzt beim Boss, genau. Wir müssen jetzt zum Boss hier. Bei Kirby's Return to Dreamland. Hallo, liebes Publikum. Ach, wir sind im Spiel jetzt. Also, ja, wir sind im Spiel. Ja, ich weiß nicht. Ich wusste jetzt nicht genau, wie ich anfangen soll. Ja, das ist dann am besten einfach reinschmeißen. Okay, ich kann dich ja nicht mehr hochnehmen, sonst würde ich dich da reinwerfen. Ach, das waren noch Zeiten. Damals, als ich ihn auch werfen konnte. Als XBK mich in seine starken Arme genommen hat und durch die Gegend geworfen hat. Hey, dafür küssse ich dich jetzt in der Öffentlichkeit. Ja, wir sind schon relativ, wir sind schon gut drauf. Aber trotzdem, wir haben schon mal ein oder zwei Teile geschmissen. Die Mini-Frikadellen geholt. Ein paar Teile geschmissen oder ein paar Captain-Täne. Das ist der Sprung. Das Superman-Ding. Wasser ist das Geilste. Also, mit das Geilste, neben dem Regenschirm. Ich wollte gerade sagen, bist du nicht so ein Regenschirm-Liebhaber. Ja, Wasser und Regenschirm gehören ja auch zusammen. Und im Spiel auch. Ja, so ein bisschen. Genauso wie der Captain und halt Nautik und Wasser. Ja. Na dann, auf geht's hier. Hui. Es ist ein Turban. Das ist mir ein bisschen zu urban. Der Turban. Ist das jetzt mies? Weiß ich nicht. What? Huch, hab ich das nicht? Du hast das nicht. Jong-Leer-Gin übrigens. Jong-Leer-Gin. Oh nein, jetzt hab ich mir Wasser zu stehen. Ingenierlich doch nicht. Das muss man... Nein, ich bin nicht auf dir sitzen. Das werde ich nicht auf dir sitzen lassen. Huch. Naja, jetzt bin ich. Ja, welche, was soll's. Und ich hab die Stern verkackt. Volle in den Hintern. Jetzt steh auf. Ich wollte den Hintern. 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 Ja, eben. Volley auf den Hintern. Volleyball. Wie ein Mila Superstar. Mila kann lachen. Wie die Berge über Fujiyama. Das war irgendwie so komplett daneben. Eieieiei. Oh, ich muss aufpassen. Ich darf nicht sterben. Ich bin für die Player 1. Das ist verwirrt. Da, nimm die Pommes. 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 Knutsch. Pommes Knutsch, na gut. Mach mir doch kein Knutschfleck. Alles nur kein Knutschfleck. Die Pommes haben nur eins weg. Der Knutschfleck, der ist weg. Und du bist Tech-Mac. Fettfleck. Du bist Fettfleck. Achso, nein. Der Fettfleck. Nein, da flieg. Flieg, 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 flieg. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Du weißt, wie doll das immer scheint. Ne, da habe ich was durch noch nachgekommen. Aua. Ich lebe noch. Komm, bloß du es ist. Körbs. Nein. Da kann man mit der... Er hat halt vorher die so... Und da dachte ich, okay, der braucht noch ein bisschen. Aber dann war der nicht so. Hoffen wir nicht. Ich wollte gerade fragen, kann ich den Blitzausstieg machen? Kann ich aber nicht. Den Blitzausstieg. So, das fand ich aber scheiße, um ehrlich zu sein. Oh, Wasser. Ich glaube, Wasser ist besser. Wasser ist... Krakatauer. So. Du wirst du nicht? Was? Ne, ist Krakauer. Ach ja. Na ja. Aber wenn du die stapelst, hast du den Krakatauer. Ja, wahrscheinlich. Ja, was am Arsch. Was am Arsch? Wasser Arsch. Ach, Wasser Arsch. Ne, warte. Wir bringen diesen... Ja. ... blöden Witz jetzt schon Ewigkeiten. Eigentlich wollte ich dich dafür verprügeln, als habe ich ihn selbst gebracht. Richtig. Dann werde ich mich nachher selbst auspeitschen müssen. Wolltest du mich dafür verprügeln? Na, ich glaube ja. Von all den Sachen. Na ja, jedes Mal auch Hafen Musik. Ne, warte, ist das Wasser. Nein, ist kein Wasser weg. Wasser am Arsch und Hafen Musik. Die beiden Otto Gags, die immer wieder kommen. So, das war schon die Hälfte. Weil ich einfach mal krass bin und mein Wasser behalten habe. Yeah, konnte das im Wasser halten. Ja, so... Du hast sie, du hast sie provoziert. Irgendwie kommt mir diese Aufnahme-Session komisch vor. Was ist der? Hulst dir! Entweder sind wir mehr nonsensical, als sonst, oder? Wir sind mehr testical? Nonsensical! Entschuldigung, hier, hier muss man wieder zum Ohrnaast. Wir sind mehr nonsensical, als sonst. Ich meine... Ich kann irgendwo hin! Mann, lass mich doch mal vorbei jetzt hier. Da ist... Oh, da ist es! Komm her, komm her! Danke. Der Kuss musste sein. Und jetzt... nein auch nicht du ja sie es wie ihr sie sneaky typ und wir haben ihn fast genau bewässer ihn los komm mach ihn nass ja komm 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 ja jawoll mensch super haben sie geschafft den zweiten endboss zu besiegen gar nicht anstrengend das spiel wird schwer komm wir hatten jetzt einfach nur beschissene waffen super sprung die peitsche und das wasser das wasser also das wasser war das beste aber trotzdem haben wir am anfang einfach nicht benutzt aber hast du schnell wieder verloren da kann ja das wasser nichts für ne das stimmt da kannst du was für wenn du dein wasser nicht halten kann haben das spiel so programmiert dass du dein wasser nicht halten kann ich muss dir den noch mal bringen damit du den auch damit ich ihn auch noch mal kann damit du ihn auch noch mal unlustig findest wir bauen ein raumschiff ja wir bauen das raumschiff wieder zusammen wir bauen die flying lamb quasi auch wenn das nichts mit dem lamb zu tun hat du hast es geschafft kabi der rechte flügel meines sternkreuzes ist wieder da ich weiß nicht ob der so redet ich bin jetzt sehr viel rott sobald wir alle teile beisammen haben dann nehme ich dich mit auf einen ausflug in meine heimatwelt ich komme von einer weit entfernten welt meiner heimatwelt nur durch einen interdimensionalen tunnel gelangt man dorthin aber der kreuzer ist schnell wie der blitz wir wären in nullkomman nichts dort ist das nicht ein tolles angebot du sagst es das ist nicht ein tolles angebot das ist ein unglaubliches angebot ich weiß nicht wirklich noch dieses blickende feuerzeug obendrauf wenn sie jetzt anrufen hallo kabi was gibt es neues nichts ich wüsste lange mir in den flügel haben ja ist in ordnung ich wollte nicht mit dir reden magolor 26 zahnräder abgebrochenes sternkreuzer gedöhnt linke flügel ist das emblem und der mast cool scheißegal ja wenn du sie jetzt ja einfach so teil nach teil ich nehme dich mit interdimensionaler tunnel ja ist okay ziemlich von deinem tunnel ey ich skate einfach mal durch die gegend die peitschen herausforderung klar die peitschen herausforderung na klar so jetzt geht es in die soloprüfung im hans solo oder solo ok mit der peitsche kannst du das machen ja genau ach der liebe zeig machen wir das irgendwann mal holen wir uns mal richtig günstig knack 360 und ich habe keine knack deswegen sag ich ja wir holen uns mal einen günstigen knack 360 kannst du mir gerne zu weihnachten schenken dann machen wir einen solo mit webcam mit webcam mit webcam klar mit ratman das wäre super wer ist denn ratman das ist ein rapper punkt ah ok den kenne ich hey wie soll man na vielleicht von einer seite oder vielleicht musst du es dir mit der peitsche klauen damit man doch gar wie mit der peitsche geht das wieder los das ist das weiß ich glaube ja das ist das ding was ich jetzt dieses mal nerven wird das ist jetzt durchgängig nur noch kommt ich glaube ja ja schon das gibt was ich habe noch keinen ich kann nicht nach unten ich weiß nicht wie das geht so anscheinend ich habe keine ahnung da unten ich habe auch keine ich konnte da noch nicht rein da wurde die peitsche ist noch nicht lang genug richtig runter du kannst du den unteren bereich wechseln als ob ich war ganz an der seite werde ich den ausweichen sollen ja das kann man die gruppe muss dieborah taur pie holen zu lassen also ja dass er zumindest sind die Mumia und das einfachsten die bed Özquelle also ich habe so verkackt ich kann ich kann liegen da noch gar nicht rein ich werde das nicht mehr abschließen hier fünf die zehn das war schlecht 5800 du bist dran ich bin dran du bist du bist du bist dran Zeit für ein Kirby oh so auf geht's noch mal jawohl 3 2 1 Bist du jetzt Link oder bist du ein wütender Japaner ich bin echtes Link ja wütender Japaner oder wie Kazooja ich glaube ich stelle uns beide nicht besonders gut an du hast schon eine halbe Minute von 2 Minuten verkackt das sind Videospiele da muss man sich nicht gut anstellen du magst ihn sowieso nicht oh schon 500 Minus oh manee oh manee oh manee kannst du gleich aufhören mit dem Videospiel hier oh ich nicht spielen hier so ja ach so ach da durch ja das habe ich nicht gecheckt tschüss ach was in 3.000 Namen ich habe keine Ahnung ach so dann muss ich noch rechtzeitig wieder hoch springen um die aufzufangen aber warte aber die glitscht anscheinend jetzt glitscht der nicht mehr nochmal ein Stück zurück ich habe zwar die Zeit dafür nicht aber wie willst du das denn schaffen wo musst du da überhaupt hin ach so mit der Peitsche du musst mit der Peitsche den rechtzeitig abfangen ach Gottchen du musst da erstmal wieder raus und dann Vorsicht ja der trifft ja das ist Böhmchen er trifft das ist Böhmchen 30 Sekunden F-Zero geht wieder los demoliert ich bin so laut laut oh es ist heute die Folge der komischen Geräusche bronze 20.700 naja ja geheimtipps gibt es auch und es ist wahrscheinlich einfach nur so wie kannst du die peitsche richtig benutzen ja nur drücken sie auch um die peitsche zu benutzen ja das hier gibt es noch ist es defensive ja okay alles klar ich werde jetzt die ganze zeit einfach hier im takt mit verteidigen gut dass du den dialog nicht noch mal getriggert dass ich weiß nicht wie ich das letzte mal überhaupt gemacht habe das mische universelle verschiebungen haben dafür gesorgt das water world obst ozean das kommt als nächstes wasser unter feuer wir müssen in jeder folge kirby eine referenz zum alten kirby let's play machen war das echt eine ja das habe ich sogar rein animiert du hast auf jeden fall sowas gesagt das ist mir wie du hast gesagt wasser unter feuer und ich habe dann darauf habe ich das gesagt ja ich habe gesagt was ist das hier keine ahnung vorher unser wasser habe ich gesagt ja mein sekret gefunden ach so hier ist level 4 deswegen mehr nicht ja das ist ja auch ziemlich ich will auch noch wasser können kann da was eigentlich mal natürlich nicht du bist ja auch im wasser kirby und nicht unter wasser recht du bist ein kirby unter einem peitschen kirby also an dich unter wasser kirby kapiert ja ich schon so das ist ja ich schon hier wird nicht dein umbrella nee ich stehsen jason 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 oh gott referenz zu einem nicht kirby let's play ja nein mein peitsche nein da werde ich kokosnuss kirby jetzt gibt kokosnuss kirby nein gibt es nicht ja genau ich spritze ich mit milch durch die gegend die muss aber erstmal aufmerken ja die milch auf gemeldet die kokosnuss auf gemeldet die kokosnuss auf gemeldet die kokosnuss auf gemeldet kokosnuss auf gemeldet kokosnuss auf gemeldet kokosnuss auf gemeldet alles klar oh küss mich danke gut dass es auch im spiel gemacht hast das ist schon das zweite oder dritte mal das ich den spruch bringen wir brauchen ja das wir brauchen ja das eis auch scheiße aber ich hätte lieber meinen regenschirm wieder ja dann gehe ganz an den anfang zurück ich gehe schon mal weiter ich hab mich eingefroren gut was ist der knopf das ist dann bräder in kobe nicht ich will ich nicht nicht will ich aber nein komm mir das geht nicht mehr wenn eingefroren ist und habe ich gar nicht nur über jetzt nein du sagst ja dann kann ich ja auch meinen umbrella kriegen helder wenn du schneller bist okay das war keine absicht dass wenn man das nur wenn du schneller bist ja der guck mal der macht das automatisch der spuckt automatisch ja ich weiß boden aufkommt und das war das gerade ja verzeihung das war jetzt echt keine absicht ich hab gelacht wenn du den jetzt selbst kaputt gemacht hat ist also doch hätte so wahrscheinlich auch jetzt nicht kaputt gemacht geht doch ach so ich dachte jetzt ist hier ein zahnrad oder so naja und leben komm ja küsse ich dich mit dem bananen aber ja doch mit dem bananen ich hab dich mit dem bananen the delicious banana kiss der so schön hat geprickelt der so schön hat geprickelt in meine wangeknochen wie tief war es wird in die banane reingeschüttet zack einmal komplett durch aus der wange wieder raus in den schädelknochen hinein das ist eine sehr ulkige folge schädelbananenbruch nein sie ist auch das ist dein so schön schädelbananenbruch unser commentary ist voll banane aua warum hat er nicht gebracht komm her na los this shit is bananas key to i m n a a was oh nein nein nicht eisbechimon boom erstmal ein paar leute töten auf dem weg dahin wo wir ihn wollen ah guck hier regenschau das heißt der ist jetzt hier wichtig ja weiß ich wir haben aber noch kein zahnrad waaay hi ah the sun shine let the sun shine let the sun shine it make me happy when sun is shine how much the sun shine how much the sun shine how much the sun shine how much is the sun how much shine is the sun how much shine is the sun ja entschuldigung die worte sind schwierig zu sagen wenn du versuchst Scooter nachzumachen oh da hat er die ananas gibst der ananas macht ananas die ananas baaay die eine ananas macht wer ist das der obstand mach die anablast denn die ist einfach mal allergisch gegen bananen ne gegen ananas gibst der ananas oh nein bleibe wir brauchen gegner die vereinsaugen baaay wo und irgendwas du preventest man muss ja schütteln ja genau so war es voll vergessen mit dem schütteln das ist ja ein wii spiel die haben alle immer so irgendwie sowas so runter vorsichtig der kinderfisch nee da geht nicht rennen ja ich wollte das lege haben hier endet jetzt die reizimmerheit liebes publikum das haut sogar von der zeit her ungefähr hin morgen dann unser neues let's play welches denn weiß nicht nur irgendwas cooles was jetzt angesagt ist das sieht wunderschön aus ja ne geh mal ganz nach links und jetzt umdrehen zu mir at gunpoint ich wollte gerade sagen ich wurde in der nase aber das hört nicht ganz hin ich schlafe erst mal ein bisschen bis morgen zum beispiel denn wir sind mit einer folge durch dankeschön für kirby ja stimmt dann kriegen wir die 100 in der nächsten folge werden wir sehen